Ganz ruhig, ganz ruhig alles in Ordnung. Ist okay. Hola. Du kriegst was an, Freunde. Ja, also das geht nicht. Seit wann hat er das jetzt so, dass er so den Kopf schief hält? Das sieht jetzt gemein aus. Er dreht sich wie so ein kleiner Drehwurm einfach. Was natürlich schwierig ist, ist die Narkose bei so einem großen Pferd, weil man den ja einfach im Umgang ist es nicht so leicht, den abzulegen, den wieder aufstehen zu lassen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Sherlock, da müssen wir eine Kastration machen. Das ist in dem Fall natürlich, wird ziemlich spannend, weil das ein Riesenpferd ist und da muss man natürlich auch alles geben und das ist auch einfach körperlich anstrengend. Hallo, Großer. Das ist unser bestes Stück, unser Baby eigentlich noch. Der soll kastriert werden, weil es eigentlich unser Freizeitpferd ist und meine kleine Tochter mit sieben Jahren auch drauf reiten soll und mir das dann doch ein bisschen zu gefährlich ist, wenn Stuten mit in der Halle sind. Das ist ein Lebensabschnitt irgendwo. Das macht man auch nicht jeden Tag. Da ist der ja aufgeregt, ja. Gibst du mir die Tasche, Mandy? Danke. Super, dass du heute dabei bist. Das ist ein Riese. Da müssen wir echt zu dritt sein. Der ist sehr stark, aber er weiß es nicht. Hallo. Hallo. Der Prachtkerl. Gut, okay. Bleiben wir einmal stehen. Halt. 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 Okay. Ich würde ihn jetzt einmal abhören. Jawohl. Einfach Herz-Lunge, dass wir einmal gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Dann kontrolliere ich einmal, ob beide Hoden da sind. Und dann würden wir beginnen. Ja? Große kommen wir eher. Bleiben stehen. Alles gut, gell? Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, dass das Pferd auch gesund ist vom Herz-Kreislauf-System. Damit das Narkosierisiko einfach überschaubar bleibt, beziehungsweise nicht erhöht ist. So. Dann würde ich einmal gucken, ob beide Hoden da sind. Mal schauen, ob er das brav machen lässt. So. Ist gut. Okay, dann sind beide da. Gut. Ganz tapfer. Okay. Dann würden wir ihn als nächstes ein bisschen sedieren. Dann schieben wir ihn in Zugang. Sprich, dass er eine Braunüle bekommt. Und dann würden wir ihn in Vollnarkose legen. Wer spürt, dass ich aufgeregt bin oder nervös bin, das merken die. Und deswegen, glaube ich, wird er jetzt gerade auch ein bisschen nervös. Ja. Bei größeren Pferden ist alles gut, Großer. Ist gut. Ach, Großer, jetzt ist es gut. Stehen! Sherlock? Jetzt ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. Wenn so ein Großer sich wehrt, dann ist es natürlich immer was anderes. Ist gut. Ja, aber das haben wir im Griff. Das nehmen wir jetzt fest, damit da auch nichts verrutschen kann. Wenn wir den gleich in Narkose legen. Ich zuck da nicht. Der ist ja tapfer jetzt. Ja, fein. Wenn wir das jetzt alles festgenäht haben, dann wird die Hannah und Mandy übernehmen dann. Dann legen die den ab. Wenn man draußen kastriert, sprich nicht in der Klinik kastriert, dann ist es natürlich immer eine Herausforderung, da wir einfach nicht so die allerbesten sterilen Bedingungen haben. Das Pferd hat natürlich den Vorteil, dass es den Stress nicht hat. Gerade so ein junger Hengst, den stresst es natürlich, wenn er verladen wird, wenn er in die Klinik muss, neue Umgebung. Und so ist es für den natürlich viel einfacher. Nichtsdestotrotz sind die Bedingungen für uns Tierärzte einfach schwieriger. Wir haben heute unsere fünf Ratten dabei. Eigentlich haben nur zwei im Moment konkret Beschwerden. Aber wenn wir dann mal zum Tierarzt fahren, holen wir meistens alle mit. Karl niest sehr häufig und wir haben ein Antibiotikum zu Hause. Das können wir immer so mal als Kur verabreichen, aber das wirkt jetzt nicht mehr. Und die andere Ratte, der Nelson, der hält seit ein paar Tagen den Kopf schief. Und da muss heute mal geschaut werden. So, heute mit den Rättchen mal wieder hier. Dann dürfen Sie einmal mitkommen mit mir. Machst du zu? Ja. Dann einmal mir folgen. Genau. So. Hi. Na, die ganze Mannschaft kenne ich ja schon. Hallo. Hi. Oh ja, ich sehe gleich unser eines Sorgenkindchen hier auch mit. Der sieht schon wie in den Kopf fällt, gell? Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt einmal mit ihm an hier. Das Nelzen, gell? Genau. Seit wann hat er das jetzt so, dass er so den Kopf schief hält und sich dreht? Seit drei Tagen, würden wir sagen. Also am Anfang hatten wir ja gedacht, das hängt mit dem Auge zusammen. Aber da er den Kopf gar nicht dreht, egal wie wir zu ihm stehen, haben wir uns dann schon gedacht, dass da was anderes dahinter steckt. Das eine Auge ist ein bisschen trüb, aber er hat eine Art trüben Fleck da drin. Deswegen war die Idee, ob er vielleicht mit dem anderen Auge versucht, mehr dann zu schauen. Aber er hält den Kopf immer schief, in dieselbe Richtung. Jetzt muss ich Sie einmal enttäuschen, weil wenn ich ihn jetzt gleich nochmal zurücksetze, das sieht jetzt gemein aus, er dreht sich wie so ein kleiner Drehwurm einfach. Ja, die Besitzer von den Ratten sind wirklich ganz süß, die kümmern sich da toll. Die haben die Ratten auch meistens aus nicht so guten Haltungen wirklich geholt. Man muss auch wirklich sagen, für die ist eine Ratte auch so eine Art Familienmitglied. Die geben dafür auch Geld aus, weil viele sagen, ich kriege ja für fünf Euro neue. Die nehmen auch wirklich Geld dafür in die Hand. Ich gucke jetzt einmal nochmal ein bisschen nach den Augenreflexen, aber auch mit dabei und schau, wie er da ist. Ein bisschen sieht man es gerade hier an dem Auge. Immer wenn das Immunsystem ein bisschen nachlässt, wenn da was ist, haben die wirklich so ein rotes Sekret. Okay, gut. Wenn ich ihn jetzt hier einmal so abtaste, man merkt jetzt hier von der Wirbelsäule ist nichts, weil manchmal kann natürlich ein Sturz oder sowas vielleicht auch mal der Grund sein. Was aber bei den Ratten leider ganz oft der Fall ist, dass die wie so eine Art Schlaganfall kriegen, also dass das wirklich zentral vom Kopf her kommt. Ja, man ist natürlich schon erschrocken. Also Schlaganfall hört sich schon sehr hart an. Man macht sich Gedanken, okay, welche Folgen hat das? Ja, leidet er, hat er noch genug Lebensqualität. Kann er denn noch fressen? Ja, er frisst gut, hat Appetit, ist immer als Erster beim Napf. Gegeben haben sie ihm aber jetzt noch nichts, irgendwie an Vitaminen oder sowas. Okay. Das sieht jetzt wirklich erstmal richtig schlimm aus, auch wie er sich so dreht. Die können sich aber auch gut erholen. Man, sie wissen, ich hatte selber viele Ratten auch und sie waren immer ganz lange meine Lieblingshaustiere, sag ich einfach. Und ich hatte das wirklich öfters. Ich hatte eine Ratte, die hat auch dreimal so eine Attacke gekriegt. Ich meine, nach dem dritten Mal, da war sie dann damals schon, glaube ich, fast dreieinhalb, vier Jahre halt. Da ging es dann nicht mehr. Aber die ersten Male hat sie immer noch gut weggesteckt. Okay. Ich persönlich kann es nicht mehr mit den Ratten, muss ich sagen, weil die einfach immer so früh sterben. Also ich muss sagen, mir selber ging das einfach viel zu nahe. Das heißt, es ist jetzt wirklich super wichtig, dass er einfach weiter frisst. Solange er frisst, ist das in Ordnung. Der wird nicht sein Leben lang Drehwurm sein, sag ich mal, sondern der kann auch wieder normal laufen. Das heißt, B-Vitamine jetzt einfach Nervenregeneration, Durchblutung steigern. Manchmal behalten die so eine leichte Kopfschiefhaltung zurück. Aber wirklich nur der Kopfschief. Das Drehen war immer wirklich erst die ersten paar Tage dann. Hey Manu, wer ist denn unser nächster Fall? Die Familie Reimer mit dem Berli. Okay. Und der ist schon ziemlich aufgeregt. Den können wir dann ganz schnell mit reinnehmen. Super, dann gehe ich einfach mal direkt ins Zimmer bereit schon was vor. Und dann hole ich die Familie direkt rein. Sehr schön. Und ich habe Angst, dass irgendwas danach ist. Deswegen lasse ich das alles abklären. Er hatte schon vor 14 Tagen was an der Pfote, an der rechten Pfote, wo er nicht richtig laufen konnte. Das war dann Anfang der Woche auch wieder so. Und deswegen sind wir eigentlich da. Wir sind selbst auch nervös. Und das überträgt sich halt auch auf ihn ein bisschen. Ja, Patienten, die so ein bisschen deutlicher aufgeregt sind als der Durchschnitt, da ist es natürlich immer so, dass man besonders viel Feingefühl rangehen muss. Man muss die Patienten, wenn sie reinkommen, so ein bisschen abholen im Sinne von, sie müssen sich wohlfühlen wie zu Hause. Das heißt erstmal akklimatisieren, runterkommen, Besitzer kann sich ein bisschen beruhigen und dann geht es los mit der Untersuchung. So, die Familie Reimer mit Bärli. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Oh Gott, so aufgeregt. Guten Morgen. Morgen kommen Sie rein. Einmal die Tür zu. So, ich würde vorschlagen, der Bärli ist ja wahnsinnig aufgeregt, so ein bisschen panisch. Ja. Wollen Sie sich, will sich einer erstmal setzen, der Hund nebendran, dass so ein bisschen, dass er runterkommen kann? Kann ich machen. Machst du es? Wir machen das ganz gemütlich wie zu Hause. Okay, beschreiben Sie mir mal, wie sah der Krampfanfall denn aus? Er lag auf dem Rücken, alle Vieren nach oben, hat gekrampft, die Schnauze war auf, wie ein Eppel-Anfall. Okay, war er bei Bewusstsein? Nein. Okay. Jetzt heute, denke ich, fokussieren wir uns erstmal auf das Orthopädische. Okay. Bei dem Anfall würde ich sagen, das besprechen wir nochmal im Detail, falls noch ein zweiter Auftritt. Der erste Anfall, da sagen wir in der Tiermedizin, ein Anfall ist kein Anfall, weil der kann viele Ursachen haben, im jungen Alter, im mittleren Alter. Das muss nicht bedeuten, dass es auch unbedingt ein epileptischer Krampfanfall ist. Sollte dieses Anfallsverhalten wiederkehren, dann machen wir weitere Abklärungen und untersuchen weiter, was zu machen wäre. Berli, möchtest du einmal auf den Tisch? Ich dachte, ich möchte heim. Ja. Oh mein Gott. Berli möchte heim. Berli, bleib dort. Genau. Machen Sie ganz ruhig. Nicht übertreiben. Berli. Komm. Berli. Berli. Ganz ruhig. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Gucke mal. Genau. Setzen Sie einmal auf den Tisch. Und jetzt lassen Sie mal auf den Tisch stehen. Einfach nur stehen lassen. Gucke mal. Gucke mal. Gucke mal. Gucke mal. Gucke mal. Willst du wirklich gar nichts haben? Nicht mal probieren. Gucke. Ja, ich weiß. Das ist jetzt eine ganz krasse, aufregende Situation, gell? Berli ist halt so ein bisschen auch nochmal ein Sonderfall, einfach von seiner Vorgeschichte her. Aber es ist definitiv, die Rasse Spitz ist schon sehr oft auch mit so ein bisschen einem Kampf in der Tierarztpraxis verbunden. So. Ja. Wir machen das jetzt mal so. Wollen Sie einmal so ein bisschen rüber wechseln? Weil ich brauche den Hund in der Frontale. Erzählen Sie mir mal mit der Lahmheit. Wann hat denn das angefangen? Womit kam es? Wie sieht das aus? Wir sind montags morgens auf dem Weg ins Zentralinstitut gewesen. Und wir sind rein am Fernmeldeturm gelaufen. Ist okay. Holla. Du kriegst was an, Freund. Ja. Also das geht nicht. Das riechen auch. Mein Gott. Das machen wir nicht, Freund. Ja, wenn du nicht, das geht nicht. Also beißt. Keiner von uns möchte in irgendeine Situation kommen, dass er sich verletzt. Es ist nicht anders möglich. Der Hund fängt an zu beißen und dann muss man ihn irgendwie händeln können. Und dann ist meistens der Griff im Prinzip, dass der Mund wirklich geschlossen ist durch das Band vom Maulkorb, einfach die einzige Option. Und auf einmal hat er das Bein hoch und die Pfote hoch, nicht mehr runter. Ganz kurz, dann habe ich gleich abgebrochen, bin nach Haus. Keine Treppen, kein Rennen, kein Springen. Nix, 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 nix. Auch ein Hund kann sich mal verzerren, auch ein Hund kann eine Verstauchung haben. Das muss nicht immer gleich was Großes, Dramatisches bedeuten. Wichtig ist halt immer zu wissen, was ist davor passiert, was ist dazwischen passiert. Wie hat der Hund sich verändert über die Zeit, bis er jetzt hier da war. Es ist halt immer so eine Sache, wie weit geht man da jetzt auf größere Diagnostik. Ich würde jetzt erst mal Folgendes vorschlagen. Also mir wäre es ganz recht, wenn wir doch mal gemeinsam nochmal rausgehen. Trauen Sie sich zu, so ein bisschen zu rennen, dass ich beurteilen kann? Beinah, sei so gut. Das kriegen wir hin, zur Not nehme ich eine Helferin mit. Es geht mir einfach mal darum, zu sehen, ob wir auslösen können, dass da im Prinzip eine Lahmheit ist. Das hier ist der schöne John Boy, der ist seit zwei Wochen bei uns. Und ich wollte ihn untersuchen lassen, weil ich ziemlich schockiert war, weil er neulich so einen Hustenanfall hatte, der aber aussah, als ob er Atemnot hätte. Und das wollte ich abklären lassen von der Frau Noll. Zum anderen finde ich, dass er sehr vorsichtig springt. Und da er schon neun Jahre alt ist, wollte ich gern, dass ich mal gucke, ob er vielleicht Arthrose hat. Also die Vorteile der mobilen Praxis sind für mich, dass ich mir meine Termine relativ flexibel einteilen kann. Dass es nie langweilig ist, weil ich immer was anderes zu sehen bekomme. Ja, und eigentlich ist es für die Tiere auch schöner, weil sie weniger Stress haben, nicht zum Tierarzt gefahren werden müssen. Ich kann sie auch in ihrer natürlichen Umgebung beurteilen. Und dann gucken wir heute mal nach der Katze. So, den haben sie jetzt seit zwei Wochen hier. Ja, genau. Dann gucken wir mal, wie er sich so gibt. Dann kommst du mal her zu mir. Wann war das mit dem Atemnotanfall? Sie hatten ja schon mal ein Video geschrieben. Freitag hatte ich. Ja. Und das war nur einmal? Das war nur einmal, aber so heftig, dass ich dachte, der erstickt mir gleich und was mache ich da bloß? Wie lange hat das gedauert? Etwa so lange, wie das Video war. Also es war halt gerade das Glück, dass ich ihn fotografieren wollte. Und dann fing das an und dann habe ich halt schnell gefilmt. Ja. Können wir uns das Video vielleicht noch mal gerade kurz anschauen? Ja klar, ich habe das auf dem Handy. Moment. Sie haben jetzt nicht gesehen, dass irgendwie die Zunge bläulich geworden ist oder danach war es dann alles. War er auch fit? Ja. Die Züchterin sagte, dass das mehrere ihrer Tiere haben und dass man da keine Bedenken haben muss, aber... Ja, abklären muss man schon. Es gibt halt mehrere Ursachen dafür, dass die Hustenanfälle bekommen, ne? Oh ja, du hast auch ein bisschen die Haare verfilzt, ne? Also ein Husten an sich ist erstmal nicht vererbbar. Also wenn sie alle husten, liegt eigentlich der Verdacht nach, dass was Infektiöses ist. Wenn der Husten herzbedingt ist, diese Herzerkrankungen, die vererben sich zum Teil, ja. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass dann da irgendwie alle Tiere in einer Zucht husten und alle ein Herzproblem haben. Ich denke mal, dann würde der Züchter auch nicht mehr züchten. Der müsste ja auch irgendwann mal zum Tierarzt und der Tierarzt wird ihm dann ja vielleicht auch ans Herz legen, die Zucht ranzugeben. Oder die müssen ja auch Zulassungen erfüllen, also das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. So, also auffällig ist schon, dass sein Herz sehr schnell ist. Ich meine, jetzt ist er aufgeregt. Das ist aber auch nicht richtig abgesetzt. Normal hat man immer diese zwei Herzhöhne. Im Moment ist es halt ein Staccato, was da schlägt und er atmet jetzt im Moment eigentlich auch noch relativ schnell. Es ist halt die Frage, ob man da nicht doch nochmal eine weiterführende Diagnostik macht, dass man entweder mal ein Röntgenbild macht. Also die Lunge war jetzt frei. Er hat auch kein Atemgeräusch gehabt, wie es für das Asthma typisch ist. Aber das ist eh nur kurz nach dem Anfall oder vor so einem Asthmaanfall, dass man da so ein Hiemen und Gieben hört. Das hat er jetzt nicht. Also Asthma bei der Katze kommt häufig vor, ist nicht unbedingt rassetypisch. Also es sind öfter Rassekatzen überhaupt als europäisch Kurzhaar, die das haben, aber nicht unbedingt jetzt Menkun. Herzerkrankungen sind bei der Menkun-Katze häufiger als bei anderen Rassekatzen, ja. Gut, aber das würde ja dann auch in Sedierung passieren, ne? Das ist die Frage. Also ein Röntgenbild würde man sicherlich ohne schaffen. Wenn man eine Katze sediert, ist das halt je nachdem problematisch, wenn sie was mit dem Herzen hat. Wir schieben ihn jetzt ein bisschen zurück, dass er, wenn er hinfällt, am besten ein bisschen weiter von der Wand weg ist. Lassen Sie einfach los. Alles gut. Ja, ja. Alles gut. Wir haben ihn. Wenn man sich dazu entschließt, seinen Hengst kastrieren zu lassen, dann sollte man das am besten mit drei machen. Mit drei, vier, das ist so das beste Alter. Und Sherlock ist natürlich ein großes und sehr, sehr kräftiges Pferd. Den jetzt zu kastrieren, ist sicherlich gut. Weil wenn der mal erkennt, dass er Hengst ist und dass er machen kann, was er möchte, dann ist er für die Menschen auch nicht mehr händelbar. Mach das mal. Okay. Ich will das nicht. Das macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied, ob man ein großes Pferd oder ein kleines Pferd kastriert. Einzige, was natürlich schwierig ist, ist die Narkose bei so einem großen Pferd. Weil man den ja einfach im Umgang ist es nicht so leicht, den abzulegen, den wieder aufstehen zu lassen. Bei kleinen Pferden, bei Schettis zum Beispiel, da kann man wirklich die assistiert hinlegen, die assistiert wieder aufstehen lassen. Bei so großen Pferden ist es dann doch manchmal nicht so einfach. Super. Super. Kein Problem. Ich stoppe jetzt die Zeit. Weil nach zehn Minuten muss man nachgeben bei der Kurznarkose. Und ich stoppe mir jetzt genau die Zeit. Mandy bereitet jetzt einmal alles vor. Wäscht es steril, sauber. Und dann fangen wir an. Man muss sich natürlich bewusst sein, eine Kastration im Stall und gerade auch in der Reithalle kann nie so steril sein wie bei uns im OP. Das ist der ganz große Nachteil. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich so sauber wie möglich zu arbeiten. Und in der Regel gelingt uns das auch sehr gut und es kommt da zu relativ wenigen Komplikationen. Anna, hast du alles im Griff? Gut. So, jetzt machen wir gleich den ersten Schnitt. Und man merkt halt einfach schon, wenn man das hier im Stall macht, dass es einfach was anderes ist. Hier kniet man wirklich in der Halle vor dem Pferd und versucht natürlich das beste Ergebnis abzuliefern. Das sind meine beiden Kaninchen. Das ist die Silvana und die Loredana. Die wollte jemand nicht mehr haben. Das hier ist jetzt ein bisschen abgemagert. Ich schätze, dass die ungefähr ein bis zwei Jahre alt sind. Und ich nehme bei mir zu Hause so sämtliche Kleintiere auf, die niemand mehr haben möchte. Sei es jetzt Kaninchen, Meerschweinchen oder Hühner. Und ich gucke dann immer, wenn sie gesund sind, ob ich irgendjemandem eine Freude damit machen kann. Und ansonsten dürfen die bei uns bleiben. So, Viktoria, das sind deine beiden Schnuppenkaninchen. Hallo. Ja, die habe ich jetzt seit einer Woche. Und mir ist aufgefallen, dass hier das bisschen röschelt. Und jetzt wollte ich einfach mal abklären lassen, was die haben. Okay, ja. Hast du denn schon irgendwas gemacht mit denen bisher an Medikamenten oder gar nicht? Nein, bisher nicht. Okay, gut. Dann gucken wir sie uns mal an. Ich nehme den Korb, würde ich sagen. Genau, dass er nicht rausfällt. Und dann gehen wir mal rein. Du hast jetzt seit einer Woche gesagt, was ist dir denn bisher aufgefallen von der Symptomatik? Also das eine finde ich etwas dünn und das Näschen ist auch etwas gerötet. Okay. Ich muss so kleine Maus, dann komm mal her. Gucken wir uns dich mal an. So, dann schauen wir jetzt mal nach den Augen und nach den Schleimhäuten. Die sind eigentlich schön rosa, wie man sehen kann. Die Augen sind zum Glück recht klar. An der Nase sieht man tatsächlich ein bisschen Ausfluss. Also man sieht hier, dass das so ein bisschen angeraut ist und dass das Näschen ein bisschen rot ist. Da sehen wir tatsächlich ein bisschen Ausfluss. War der Ausfluss auch farbig, also irgendwie so milchig oder eitrig, also gelblich? Nein. Nix. Also klarer Ausfluss nur. Und dass die Nase halt so verklebt war. Genau. Das ist schon mal gut. Okay. Nasenausfluss bei Kaninchen kann verschiedene Ursachen haben. Am häufigsten ist eigentlich ein Schnupfen, der bakterieller oder viraler Art sein kann. Oder aber natürlich auch immer eigentlich als Differenzialdiagnose ein Tumor. Die Lymphknoten sind ein bisschen dick hier unten. Also die, die unterm Kiefer sitzen. Das kann halt im Prinzip ein Zeichen für eine Infektion sein. Man hört sie auch so ein bisschen röcheln. Die atmet aber noch ganz schön schwer. Das geht auch fast bis in die Lunge rein. Ich lass die Tiere, die ich neu bekomme, auch grundsätzlich von der Eva untersuchen, wenn mir irgendwas auffällt. Weil es mir schon wichtig ist, keins von meinen Haustieren zu verlieren. Weil ich hatte schon mal ein kleines Meerschweinchen, das ist mir gestorben. Das war einfach zu jung und hatte zu viele Krankheiten. Und mir fällt das auch immer sehr schwer, dann Tiere wirklich gehen zu lassen. Und kämpft wirklich um jeden bis zur letzten Minute. Also die röchelt noch ganz schön, vor allen Dingen hier vorne im Halsbereich. Das heißt, ich würde schon mal behaupten, dass die einen ganz schönen Atemwegsinfekt hat. Werden die denn draußen gehalten? Nein, ich habe die jetzt drin. Die waren vorher drin. Die waren aber vorher draußen. Ich habe die jetzt reingenommen, weil mir das aufgefallen ist. Ja, okay, das war auf jeden Fall schon mal gut. Gut, also ich denke, da werden wir auf jeden Fall mit dem Antibiotikum drangehen müssen. Weil die Lymphknoten halt geschwollen sind, was auf einen Infekt hinweist. Und Viktoria sagte ja auch, dass das Kaninchen ein bisschen vom Allgemeinbefinden her reduziert ist. Und die Atmung ist ziemlich angestrengt. Wir haben ja einen Schlaganfall leider schon festgestellt beim Nelson und gucken jetzt als nächstes mal nach dem Karl, um zu sehen, wieso der jetzt im Moment so am Niesten ist. So, dann bin ich kurz gemein, mache das Handtuch weg und tue um den Rattenhaufen mir mal den Karl suchen. Ich untersuche die immer am liebsten, wenn die bei mir so an der Brust sind, weil da sind sie noch ein bisschen entspannter. Und die Ratten von der Familie Neu sind zum Glück alle ganz Handzahn. Man kann nicht immer alle Ratten so anschauen, weil es gibt manche, die halt mal dann im Finger hängen. Du machst das super, Karl. Also wenn die Ratte zubeißt, dann ist das ordentlich. Das ist weniger das Infektionsrisiko wie beim Katzenbiss, aber es ist einfach so, dass das ordentlich wehtut. Die tackern auch den kompletten Finger durch, inklusive Fingernagel. Und das tut natürlich ordentlich weh und nicht der erste Tierarzt hat aus Reflex diese Bewegung gemacht und das war's mit dem Finger und mit der Ratte. Auf der einen Seite hat er auch so ein bisschen das Tränensekret rot. Wie lange ist Ihnen das schon aufgefallen? Bestimmt schon seit zwei Wochen jetzt der Fall. Also wir haben es ja erst noch versucht mit dem anderen Medikament. Aber da hatten wir den Eindruck, dass es nicht mehr anschlägt. Okay. Und wie oft niest er am Tag? Bevor wir angefangen haben nochmal mit der Kur, hat er bestimmt, keine Ahnung, hunderte Male am Tag genießt. Okay. Und jetzt ist es eingedämmt bis auf vielleicht 20, 30 Mal. Ratten haben fast alle Mykoplasmen in der Lunge, also einen bestimmten Erreger in der Lunge, den man, egal mit welcher Therapie, nicht zu 100 Prozent losbekommt. Das haben die oft schon von Geburt an von der Mutter übernommen. Das heißt, dass die Ratten niesen, ist leider so ein häufiges Thema. Man hört bei dem wirklich schon, dass er auch nochmal von der Lunge her ein bisschen verschärft ist. So als hätten wir so ein bisschen Schnupfen. Okay. Das kann ein guter Grund sein, wenn Sie jetzt nur ihm was gegeben haben, dass es deshalb einfach noch nicht gegriffen haben. Wenn wir jetzt allen was geben, dass man bei allen sozusagen die Last sinkt, dass das dann auch einfach besser anschlägt mit dabei. Gehst du unter Stickerchen? Ja, das ist schön. Ich komme trotzdem dran. Ist aber auch schön, wenn jemand am Schnaufen. Haben Sie hier auch schon mal Rotes Sekret gesehen? Also bei ihm an den Augen eigentlich noch gar nicht. Okay. Genießt? Selten. Bei dem hört man jetzt auch schon ein bisschen was. Das ist Schätzchen frei. Aber wir haben natürlich schon leichte Atemgeräusche auch bei den anderen. Das heißt, ich würde wirklich hingehen. Ich meine, Nelson kriegt nochmal eine Spezialkur wegen dem Vestibulär, also wegen dem Schlaganfall sozusagen im Moment. Aber wir sollten auch den anderen allen was für das Immunsystem geben. Und ich würde tatsächlich mal nochmal eine Antibiotikum-Kur machen, aber auch nochmal wechseln. Dass man wirklich auf ein Antibiotikum auf ein anderes nochmal geht, denen das allen gibt. Auch Nelson, aber Nelson noch ein bisschen mehr und allen auch noch was für das Immunsystem mit dabei. Ja, okay. Das Gute ist, dass Frau Tornay relativ erfahren ist mit Ratten und da eigentlich immer ein sehr gutes Händchen hat. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass das gut funktionieren wird. Sie können ruhig vorne so ein bisschen, genau, so ein bisschen knuddeln. Da sind jetzt wie gesagt einmal schon mal B-Vitamine drinnen und auch was für die Durchblutung. Super. Oh ja. Super gemacht. Okay, ruhig einmal die Hand weg. Super. Und wir reiben einmal noch kurz über die Stelle drüber. Oh, du bist so ein feiner Nelson. Super, ja. Gut. Also, wir haben es jetzt für heute soweit geschafft. Sie geben jetzt die Medikamente bitte dann ab morgen früh und kommen dann nochmal so in zwei Wochen ungefähr zur Kontrolle und melden sich mal zwischendurch, wie es aussieht. Ihre Ratten sind ja immer ganz zäh und kriegen super Pflege. Also hoffentlich der schlimmste Schritt, der muss noch ganz lange auf sich warten. Ja, hoffentlich. Danke. Danke schön. Ja, danke. So Frau Weimar, ich habe jetzt mal geschaut, ob wir da irgendwas feststellen von der Lahmheit her. Ich konnte jetzt nichts akutes feststellen an den Vordergliedmaßen, auch nicht in der Untersuchung oder was auslösen. Wir würden jetzt einfach mal rausgehen zum Laufen und dann schaue ich, wie es weiter aussieht im Gangbild. Okay? Jawohl. Ein Lauftest beim Hund ist definitiv mit orthopädischen Problemen absolut wichtig. Wenn ich einmal sehe, wie der Hund hoch und runter läuft, kann ich beurteilen, wie er die Beine voreinander setzt, miteinander koordiniert und kann dann rückvollziehen, woher die Lahmheit potenziell kommt und worauf ich jetzt als nächstes achten habe. Also Frau Weimar, also man sieht schon, dass da so ein bisschen Getipsel ist vorne an den Gliedmaßen und es ist so eine leichte O-Beinstellung. Das mag jetzt auch durch diese Entlastung so ein bisschen verstärkt sein. Ich bin mir trotzdem noch nicht so ganz sicher und möchte wirklich zu 100 Prozent ausschließen, dass da irgendwas anderes ist. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal rein, machen ein Röntgenbild von beiden Gliedmaßen im Vergleich und schauen dann, was rauskommt. Okay. Okay. Wer, wie man merkt hier, wäre wahnsinnig aufgeregt. Den jetzt wirklich unter Stress zu setzen und in allen Ebenen zu röntgen, das kriegen wir nicht gebacken. Und auch jetzt zum Schutz von Allah, der kriegt jetzt einfach kurz einen Venenkatheter geschoben, kriegt eine kleine Kurzzeitnarkose, dass er so ein bisschen beduselt ist. Dann wird einfach das Röntgenbild gemacht und dann sollte alles gut klappen. Es ist natürlich so, dass wir dann in dem Falle doch die leichteste Narkose wählen und die leichteste Methodik, ihn zu beruhigen. Es bleibt aber immer ein Restrisiko. Und natürlich, gerade auch bei nur einem Röntgenbild, was man machen möchte, wägt man ganz genau ab, ist es jetzt gerechtfertigt für alle zu sagen, wir legen ihn schlafen für ein Röntgenbild. In 99 Prozent der Fälle werde ich alles darum geben, keine Narkose einzusetzen. So, Berli, gucke mal, da ist Familienzustand. Hallo! Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatz. So. Hier bin ich wieder da. So, ich übergebe ihn wieder in Ihre Hände. Jawohl. Ja, mein Schatz. Mäusele. Ja, nur das. Frau Reimer, wollen wir einmal gemeinsam auf die Röntgenbilder drauf schauen und besprechen, was wir so gefunden haben? Mhm. Da gehen wir einmal hier rüber. Nimmst du den bitte? Das hier sind jetzt beide Vordergliedmaßen einmal im Vergleich. Ich sehe hier jetzt auf der Aufnahme keinen Befund. Allerdings, wenn man jetzt auf den Ellenbogen geht hier. Und jetzt schauen Sie mal, was sich hier auftut. Sehen Sie das? Ja. Da ist so ein Stäbchen oder ist es einfach ein Gelenktipp, der da drin stört. Und sobald halt Berli seinen Oberarm bewegt, führt es immer wieder dazu, dass das ein bisschen einklemmt und das kann halt die Schmerzen verursachen und auch dann einfach diese Entlastung, die er macht. Das heißt, dagegen kann man nicht viel machen, außer dass man erstmal schont, Schmerzmittel gibt und abwartet. Jawohl. Wenn das nicht weg geht, also beziehungsweise wenn das dauerhaft Probleme macht, dann wird man das über eine Arthroskopie entfernen müssen. Da sind wir aber jetzt noch nicht. Im Moment sieht das ganz gut aus. Wichtig ist aber einfach, dass Sie jetzt Schonung bewahren, Schmerzmittel geben und gucken, wie es sich entwickelt. Ja. Da gibt es zwei Tabletten. Einmal ein richtiges Schmerzmittel, was auch entzündungshemmend wirkt. Da gibt es eine halbe Tablette, einmal am Tag für zwölf Tage. Okay. Und dann gibt es nochmal was leicht entzündungshemmendes, das ist morgens und abends. Das kennen Sie ja auch. Gut, Frau Reimer. Dann würde ich sagen, Sie halten Ruhe und wir sehen uns zur Nachkontrolle so in 14 Tagen nochmal. Okay? Vielen Dank. Sehr gerne. So, also wie gesagt mit dem Herz, das ist ein bisschen auffällig, das sollten wir abklären. Dann gucken wir jetzt nochmal nach der Hüfte, nach den Zähnen und nach dem Fell. Warte mal her. Also mir ist das auch gerade aufgefallen, dass er so ein bisschen schwerfällig ist. Und auch hat sich nicht ganz katzetypisch hingehockt. Sag mal. Guck mal her. Ach, komm mal her. Ich will dich doch gar nicht so ärgern. Das Problem ist, dass Katzen in der Regel nicht festgehalten werden wollen. Und wenn man sie untersuchen möchte, muss man sie festhalten. Und ja, da muss man gucken, wie weit man ohne, ich versuch's immer so wenig, so wenig Gewalt wie möglich oder so wenig festhalten wie möglich. Aber manchmal kommt man halt nicht drum rum und muss sie dann nehmen. Und dann muss man sie meistens wirklich im Nacken nehmen und irgendwo mit dem, sich mit dem zwischen den Beinen dann noch fixieren. Dann geht das. Aber dann haben sie natürlich Stress in dem Moment. Das kommt, das versuche ich immer. Das sieht man oft schon, wenn man reinkommt, ob die ängstlich ist, ob sie aggressiv ist oder ob sie ganz entspannt ist. Ach, guck mal hier. Da braucht er deine Kraft. Ja, der wird schon um seine zehn Kilo haben. Ich will ihn auch nicht so hier knebeln und fesseln. Jetzt ist er wieder unterm Bett. Also oft sieht man schon beim Reinkommen, die ist ängstlich. Die guckt, was macht die jetzt, wie nah kommt die mir. Und manche kommen ja dann auch. Also ich versuche die erst zu ignorieren und unterhalte mich mit den Leuten und spreche erst mal, was anliegt. Und manchmal kommen die und streichen einem um die Beine. Dann weiß man, das wird was. Und wenn die schon in der letzten Ecke sitzen und versuchen, den Raum fluchtartig zu verlassen, dann weiß man, dass das auch vielleicht ein bisschen länger dauert. Guck mal hier. Sag, die Tante schon wieder. Komm. Bei mir kommt er jetzt bestimmt nicht raus. Komm, Schatz. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Ja, das haben wir natürlich häufig, dass die Tiere in ihrem eigenen Zuhause mehr Rückzugsmöglichkeiten haben als in der Tierarztpraxis. Da sitzen sie auf dem Tisch, da kann die Helferin mit fixieren und hier in dem Haus kann sie sich natürlich zurückziehen und dann wird es manchmal auch schwieriger, die wiederzufinden. Aber die Zeit muss man sich nehmen. Und letztendlich ist es für die Katze weniger Stress, als wenn sie in den Transportkorb muss und in die Praxis muss und wieder nach Hause fahren muss. Guck mal hier. Guck mal hier. Wie geht immer? Sag, was hat der denn irgendwie? Ist Ihnen das mal aufgefallen? Nein. Wenn er gekuschelt wird. Ja. Na, Schatz, komm. Ich versuche jetzt mal die Gelenke hier alle ein bisschen zu strecken und zu beugen. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist jetzt auch, man lässt sich beugen und strecken. Die Muskulatur ist so ein bisschen wenig. Also bei Katzen ist es anders als bei Hunden. Das ist eigentlich weniger jetzt rassetypisch. Kann, gibt sicherlich auch mal so eine Hüftdysplasie, aber wo die dann später Probleme kriegen. Oft ist es so, dass irgendwann mal welche Verletzungen, dass Verletzungen stattgefunden haben, die man vielleicht gar nicht so mitbekommen hat und im Alter bilden sich dann Arthrosen. Beim Hund ist es ja anders. Da gibt es ja ganz typische Rasse-Dispositionen. Guck mal hier. Lass mich mal tasten. Tut dir das weh? Ein bisschen gerötet. Ein bisschen entzündet hier alles. Das ist auch der Zahn. Sehen Sie das? Vorne an einem Caninus. Ich lasse mal. Der ist gelb. Der ist gelb. Und da war auch der Saum, der war ganz rot. Ja. Also da hat er auch ein bisschen Zahnfleischentzündung. Also auf der Seite schlimmer, wo er da sabbert. Die Frage, Zähne werden sicherlich auch mal fällig. Aber dafür würde ich auf jeden Fall dann das Herz abklären lassen. Weil dafür bräuchte er eine Narkose. Ja. Aber ich glaube, das Herz-Lunge würde ich auf jeden Fall das allererstes abklären lassen. Und wenn die jetzt zum Beispiel ein Röntgenbild machen, kann man die Hüfte ja auch ohne weiteres, kann man noch ein Bild mehr machen. Ja. Ich bin froh, dass ich Frau neu geholt habe, weil mir das selbst ein bisschen komisch vorkam. Und das klären wir jetzt alles ab. Also der John-Boy ist ein ganz super Typ. Und der verschmutzeste Kater, den es gibt, der hat es verdient, dass es ihm gut geht. Und dann werden wir jetzt halt Röntgentermine ausmachen. So, dann machen Sie einen Termin und dann sprechen wir nochmal, was dabei rausgekommen ist. Dann notiere ich mir gleich nochmal alles, was man untersucht bekommen sollte. Ja, genau. Ach John-Boy. Dann gucken wir mal. Oh, es liegt ja da hinten ganz entspannt. So mehr oder weniger entspannt. So, Viktoria, die Voruntersuchung haben wir ja jetzt gemacht. Und da der Verdacht auf einen Atemwesinfekt besteht, würde ich sagen, wir machen jetzt einen Abstrich von der Nase, dass wir ein Antibiogramm ansetzen können, dass wir sehen, ob das Antibiotikum auch dann, also das Antibiotikum, was ich jetzt gerne einsetzen möchte, auch wirklich wirkt. Und dann kriegt sie im Prinzip noch das Medikament von mir verpasst, ne? Gut, ich hole mal eben den Tupfer. Nasenauswurst beim Kaninchen kann verschiedene Ursachen haben und ähnlich wie beim Mensch entweder harmlos sein oder aber auch wirklich dramatisch sein, je nachdem, was die Ursache ist. Ob es jetzt zum Beispiel einfach nur eine bakterielle Infektion ist oder eine virale Infektion. Als Beispiel gilt da der Kaninchen-Schnupfen, gegen den man ja auch impfen kann. Wenn der nicht behandelt wird oder nicht rechtzeitig behandelt wird, kann er zum Beispiel zum Tode führen. Ansonsten hat es normalerweise eigentlich einen eher milden Verlauf. Versuchen wir mal jetzt möglichst ins Innere der Nase zu kommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viele Bakterien von außen mitgenommen, aber die kann man ja zum Glück im Labor auch unterscheiden. Gut, das ist für den Ausstrich. Und dann gibt es jetzt noch das Medikament. Dazu müssen wir sie einmal auf die Waage setzen. So, ich brauche das exakte Gewicht. Genau, einmal drauf. 1,2, super. Ich mache mir schon Gedanken und hoffe, dass das halt jetzt schnell wieder weg geht. Vor allen Dingen, weil Eva meinte, es hat es auch schon auf die Lunge geschlagen. Und sie ist ja auch sehr dünn. Also jetzt eine Lungenentzündung könnte natürlich bei dem Gewicht, die ist ja nicht viel von der Struktur, auch wirklich mal tödlich enden. Davor habe ich schon Angst. Ich würde mir jetzt gerne noch das zweite Kaninchen angucken, weil das Problem bei der Erkältung ist natürlich genau wie bei uns Menschen. Wenn der eine das hat und die haben einen recht engen Kontakt zueinander, kann das natürlich den anderen auch betreffen. Von daher gucken wir uns das zweite Mädel auch noch an. Kommst du freiwillig oder muss ich dich holen? Komm mal hier. Hoppala, die ist aber ganz schön moppelig. Ja, sie ist ein sehr ungleiches Paar. Okay. Holla. Die ist ja quasi doppelt so viel, ne? Ja. Gut. Dann übergebe ich dir die mal eben. Es scheint ein bisschen ängstlicher zu sein, oder? Ja. Okay. Hat sie denn auch Symptome oder hast du da nichts gesehen? Also das Näschen war auch rot, aber die Geräusche hat sie nicht gemacht. Oh ja, man spürt auch hier eine Kruste, ne, hier oben. Und es ist auch wirklich etwas gerötet, ne. Das ist natürlich ein bisschen abhängig vom Immunstatus und vom Alter des Tieres. Aber meistens kann man sagen, wenn einer das hat, kriegen die anderen das auch. Von daher, wenn also Tiere in der Gruppenhaltung gehalten werden, würde ich eigentlich dann meistens dazu tendieren, die prophylaktisch mitzubehandeln. Damit wir auf der sicheren Seite sind und sie kriegt dann das gleiche Antibiotikum. Wenn man Nasenausfluss bei seinem Kaninchen bemerkt, ist es natürlich auch so ein bisschen vom allgemeinen Zustand abhängig. Wenn das Tier also sowieso dann plötzlich irgendwie aufgeplustert in der Ecke sitzt, würde ich auf jeden Fall raten, sofort zum Tierarzt zu gehen. Wenn das wirklich nur ein klarer Ausfluss ist und das Tier ansonsten aber wirklich munter wirkt und nicht häufig niest, kann man auch erstmal ein, zwei Tage abwarten, bevor man weitere Maßnahmen ergreift. Ich würde sagen, du beobachtest die Tiere jetzt ein paar Tage. Wenn eine Verschlechterung auftritt oder aber mehr Ausfluss kommt, der irgendwie farbig ist oder dir sonst irgendwas komisch vorkommt, unbedingt melden, weil so eine Atemwegsinfektion beim Kaninchen kann theoretisch auch schon mal tödlich enden, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns ansonsten wieder. Okay, alles Gute. Alles Gute, ne? Danke. Tschüss. Tschüss, kleine Maus. Der Sherlock ist eigentlich ein ganz, ganz handsames Pferd. Was für den so ein bisschen das Problem ist, warum wir den jetzt auch kastrieren, ist, dass der nicht zunimmt. Und das ist einfach eine Folge seines Hengst-Daseins, weil ihn das so sehr stresst, dass er Hengst ist, dass er da gar nicht mehr aufbauen kann. Bei manchen Pferden ist es so, dass es gut ist, wenn der Besitzer dabei ist, der kann sich dann, kann das Pferd beruhigen, der kann eben auch einfach mal noch eine helfende Hand sein, die man brauchen kann. Manchmal ist es so, wenn die Besitzer dann sehr sensibel sind oder wenn die Besitzer den Ablauf des Ganzen stören, dann geht es natürlich nicht, dass sie dabei sind. Sieht man ja nicht alle Tage. Für ihn ist eine Erleichterung, für uns ist es, alle eigentlich Beteiligten ist es einfacher. Alles. Also es ist nicht so, dass man da jetzt als Mann im Speziellen mehr mitfühlt. Man weiß ja, dass es fürs Pferd die beste Entscheidung ist, denn der muss nicht decken, der soll kein Deckhengst werden und dann hat er eigentlich nur Stress damit. Ich habe mich dazu entschieden, die Wunde oder die Naht nicht zu verschließen. Das liegt einfach daran, dass das Sekret, das sich da bildet, das ist ganz natürlich, dass sich das bildet, nachdem wir das abgesetzt haben, dass das ablaufen kann und dass wir dann eben keine Entzündung kriegen. In der Klinik unter sterilen Gegebenheiten würde ich das Ganze vernähen, also würde es zumachen. Da wir draußen eine deutlich höhere Keimbelastung haben, lasse ich es offen, damit das einfach alles schön raus kann. Also soweit sieht jetzt alles gut aus. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie schnell oder wie lange es dauert, bis er aufsteht. Das ist bei den jungen Pferden immer etwas schwierig einzuschätzen. Die Verstoffwechseln, das ist in der Regel relativ schnell. Die Gefahr ist natürlich dann trotzdem, wenn der jetzt so halb da ist, dass es sich dann auch wieder stresst. Und dann kann es immer mal passieren, dass es auch bei einer Aufstehphase zu Verletzungen kommt. In der Regel ist das Schönste, wenn er sich jetzt gleich in Brustlage legen würde. Das ist für den Kreislauf am allerbesten. Weil jetzt liegt er eben auf der Seite, da wird die Lunge dann auch belastet und nicht mehr komplett durchblutet. Und dann hoffen wir, dass er einfach ganz ruhig und langsam aufsteht. Auf, komm auf! Der steht gleich auf. Oh! Topferwache! Komm hoch, jawoll! So, ist gut! Lang! Ja, das ist gut! Super! Ist gut! Olaf, stehen! Nach einer Kastration geht es relativ schnell, dass die Pferde wieder fit sind. Die Narkose haben sie eigentlich nach zwei Tagen komplett überwunden. Und den Eingriff vom Schmerzhaften her sollten sie nach einer Woche eigentlich schmerzfrei sein. Jetzt hat er das Schlimmste erstmal geschafft. Ja. Er steht wieder, das ist das Allerwichtigste. Ja. Jetzt müssen wir ihm noch so ein bisschen Zeit geben, weil er noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen ist. Aber jetzt hat er wirklich das Schlimmste hinter sich. Jetzt hast du es geschafft, gell? Ja. 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 Ja.